Hallo und herzlich willkommen zum Sporttipp vom Sportbund Rheinland zu diesem Wochenende und wir starten direkt durch und gehen in den ersten Hinweis rein. Und zwar die Deutsche Meisterschaft im Sitzvolleyball findet in Koblenz statt, ausgerichtet vom TV Gülz und genauer gesagt müsst ihr in die IGS Sporthalle nach Koblenz-Metternich gehen. Am Samstag ab 9 Uhr und Sonntag ab 10 Uhr. Am Sonntag finden ab 10 Uhr die Finalspiele statt. Am Samstag und am Sonntag ebenfalls hochklassiger Sport ist in Hörgrenzhausen zu finden. Die erste Bundesliga im Sportschießen macht Station beim Tuss Hilgert. Samstag und Sonntag der Tuss Hilgert ist mit von der Partie und schießt um Ringe und um Punkte. Und dann geht es in die zweite Bundesliga des Damenfußballs. Am Sonntag um 14 Uhr findet die Partie zwischen der SG 99 Andernach und dem ersten FC Saarbrücken statt. Die Andernacherinnen hoffen auf mehr Punkte, um in der Tabelle weiter nach oben zu klettern. Und wir drücken hierbei ganz besonders die Daumen. Und wer aktiv werden möchte, geht am Sonntag um 9.30 Uhr zum Gewerbeparklauf nach Mülheim-Kerlich. Unser Partner TomTom organisiert die ganze Veranstaltung und hofft auf viele Läufer, die dort an der Startlinie stehen werden. Das waren dann unsere Sporttipps und unser Aktivtipp zu diesem Wochenende. Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder, wenn es heißt die Sporttipps vom Sportbund Rheinland.